Kommen Sie mit auf meine Reise ans andere Ende der Erde, in eine Welt zwischen den Kontinenten. Ich bin Christopher Clark, Professor für Geschichte. Meine Heimat ist Australien. Untertitelung des ZDF, 2020 Auch für mich birgt dieses riesige Land noch immer viele Wunder und Geheimnisse. Ich will sie mit ihnen ergründen. Musik 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 Musik